Herzlich willkommen zur Auflösung des Matt-Rätsels vom 9. Juli 2021. Und das ist das Ende einer bekannten Kombination, einer bekannten Partie. Es beginnt hier mit Dame schlicht A7 Schach. Der König kann nur nach C8. Und wo ist jetzt hier das Matt? Weiß muss hier, der Turm, vergesst den nicht, der kontrolliert hier die Felder auf der 6. Reihe. Weiß muss hier D6 spielen. Stiller Zug. Es droht damit C7 Matt. Und Schwarz kann das Matt nicht wirklich verhindern. Er kann nur den Turm opfern. Und es folgt dann aber Springer schlicht D6 Matt. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes Matt, wie ich finde. Ich hoffe, ihr habt es gefunden. Und ich hoffe, wir sehen uns hier spätestens morgen wieder.